Im Vertiefungsbereich Wellness und Sport sollen besonders die Zusammenhänge zwischen Fitness und Wohlbefinden vermittelt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen verschiedene Sportarten kennen und ausprobieren lernen. Außerdem sollen sie Kenntnisse in den Bereichen Sportbiologie und Sportanatomie erwerben, besonders auch anhand von praktischen Übungen. Praktische Erfahrungen können sie sammeln bei Besuchen in Wellnessbetrieben, was eine wichtige Grundlage für diesen Vertiefungsbereich darstellt und nicht zu vergessen natürlich die Verbindung zwischen körperlicher Leistungsfähigkeit und Ernährung.